willkommen zurück bei der bus unterwegs in berlin neue folge linie 100 können wir kurz rausgucken schnell okay jetzt haben wir das glaube ich verpasst hier na gut wir fahren immer noch mitten im regen und gewitter und donner hier rum auf dem weg zum lützau platz mann 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 muss immer kurz hier was essen ich habe hunger und ein paar pringels ich bin zwar auch nicht gegen hunger aber immerhin etwas ich habe so hunger der lützau platz müsste hier vorne sein zwar keine ahnung aber ich vermute ist wahrscheinlich das da oder 3 80 4 euro ok und kriegst nur 20 cent zurück ok auch das hat wunderbar geklappt ich glaube die scheinmische sind auch automatisch angegangen was kommt jetzt schildstraße ok Oh, nicht auf dem Bordstein. Ganz ruhig hier. So. Halt hier hier. Und es speichert. Okay. Da kommen auch ganz viele Leute hier rein. Der macht wieder eine Drehung. Der Pirouettenmann. Drei Euro. Okay. Ja, das war's schon. Bayreuther Straße. Ja gut, das sind Straßennamen. Die gibt's überall wahrscheinlich. Hallo. Oh, Alter. Geht's noch? Der Bus hat Vorfahrt, du Idiot. Das weiß ich gar nicht. Bayreuther Straße. Ähm. Ja, hier, ne? Ja. Sind wir hier richtig? Muss ich so sicher... Was steht da? Gar nix. Okay. Dann fahren wir weiter. Breitscheidplatz, den kenne ich. Da gab's ja die... ...diesen Weihnachtsanschlag, ne? Auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Jahren. ...wo ganz furchtbar und schlimm war. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, ne? Kurz warten, bis die hier weg sind. Ich hab'n Auto da. Da muss ich mal aufhören zu essen, weil sonst esse ich später nichts mehr. Hab' mir jetzt grad so schlecht, weil ich so Hunger hab. Okay, die Feuerwehr ist auch da. Wir müssen mal warten, bis die vorbei sind. Achso, ich kann ja hier fahren. Ah, verstehe. Wir müssen gar nicht warten. Oh, ist aber ganz schön eng alles hier. Ganz schön eng hier. Ist nicht am Breitscheidplatz auch die Kaiserville im Gedächtniskirche? Ja, da merkt man, dass ich schon lange nicht mehr da war, ne? Letztes Mal in Berlin war ich vor... ...21 Jahren. Ja. Da war ich zehn Jahre alt. Jetzt können wir mal das Sau wieder aufhören, ne? Ich weiß gar nicht. Hab' ich hier das erste Mal Regen im Spiel? Weiß' ich jetzt gar nicht. Ich guck' mir so neu vor, hier. Also bei Fernbus bin ich auf jeden Fall im Regen gefahren. Aber hier weiß ich gar nicht. So. Das werden wir gleich haben. Bis der ausschaut. Ob das auch der Platz ist. Oh, Rot. Hilfe. Gott, oh Gott. Ah ja, da ist der Platz schon. Ja, ja. Da vorne. Wer ist das? Da ist die Kirche. Das ist, glaube ich, auch die Gedächtniskirche. Und da ist der Platz da vorne. Na ja. Ganz, ganz schlimm mit dem Lastwagen. So, ich glaube, da wird keiner mehr einsteigen. Ist hier wieder Rot. Oft Rot hier. Na ja, wenn da jemand einsteigen will. Man kann das auch tun. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat derjenige Pech gehabt. Zoologischer Garten ist jetzt schon die Enthaltestelle. Echt jetzt? Oh, Rot. Oh, ho, ho. Ist das schon der Ende? Okay. Okay. Das war schon, oder was? Das ging aber schnell. Das ging schnell jetzt. Also, die Fahrt geht viel länger. Da ist schon wieder Rot. Da ist es schon wieder. Fresh Space FM. Das verfolgt mich überall. In Deadman's Diary kommt es vor. Bei Fernbus. Und hier auch. Ja, da sieht man es, dass sie sich in Marken einen Namen gemacht haben. Ja. Die Entwickler, ne? Die schlauen Bubis. Der hat aber nicht gesagt, die Enthaltestelle, ne? Aber gut, ist schon die Ende. Weil der Weg geht nicht mehr weiter. Oh, da sind die E-Roller. Guck mal. Wie in echt. Die fliegen auch mitten im Weg rum. Route vollständig. Guck mal. Ja, dann machen wir noch den zweiten auch rückwärts. Oder auch mal gleich. Wo muss ich jetzt hin? Warte mal. Ich steige mal kurz aus. Ja, die Grafik ist schon geil, ne? Muss ich echt mal sagen. Hartenbergstraße. Und das ist Jebens. Was? Jebensstraße. Da ist wahrscheinlich der Zug da oben. Was? Best fashion clean. Okay. Alles klar. Ja, dann machen wir doch die Rückfahrt auch noch. Die gehört ja auch noch dazu. Dann machen wir mal hier. Wo muss ich jetzt hin? Betriebshaltestelle Herzallee. Achso. Muss ich da hinfahren oder was? Oder wie? Ja, anscheinend. Dann fangen wir mal da hin und dann können wir wahrscheinlich das wieder einstellen. Neu. Und hier reinfahren. Die Straße rein. Also Rückfahrt mache ich auch noch. Sonst wäre es ein bisschen zu langweilig jetzt. So. Machen wir doch davon noch ein bisschen was. Ist da hinten irgendwo. Darf ich so schnell fahren? Können wir ganz in Ruhe hinfahren. Kommt nix. Okay. Uh. Uhuhuhu. Okay, warte mal. So, jetzt. Ähm. Muss ich jetzt da reinfahren? Sicher? Ja, Betriebshaltestelle. Ja, genau. Wird schon richtig sein, ne? Weil der mich hinführt hier. Halte hier. Und jetzt? Was machen wir hier? Ähm. Folge der Navigation. Hä? Hä? Was? Kann man mal zurückfahren? Hallo? Herzallee. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Jetzt ist es richtig. Gut. Dann machen wir das mal. Warten wir mal, bis die weg sind. Wollen wir mal kurz gucken. Okay. Ja. Jetzt geht es wieder zurück zum Alexanderplatz. Genau. Na? Darf ich mal, oder was ist los? Die werden doch mal irgendwann mal rot haben, oder? Das wollen wir mal fahren können. Sich verarschen. Und jetzt? Und jetzt? Los. Jetzt fahren wir, oder? Okay. Können wir jetzt hier wieder zumachen? Möchte ich mal was kaufen, oder so? Keiner. Niemand möchte was kaufen von mir. Ich bleib arm. Huch, ich darf gar nicht so schnell fahren. Die 30er Zone. Da muss ich rein, da. Oha. Hilfe. Hallo? Was ist das? Warte mal los. Hallo. Okay, ich glaube, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Oh mein Gott. Ja, ich kann das nicht so. Mit dem blöden Bus. So ein bisschen. Äh. Üben. Üben, üben. Da ist der Zoo, genau. Mit der Giraffe oben drauf. Okay. So. Fahren wir mal hoch. Äh, fahr ja nicht hoch. Zur Ampel. Was war jetzt? Keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Ist schon wieder rot. Ich würde wahnsinnig. Hier fahren aber oft, ähm, Feuerwehrautos vorbei. Muss ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, wie viele Buslinien da noch kommen in dem Spiel. Da vorne ist es. Huhuhu. Bein nach Verfehlt. Oh, da will jemand wieder den Fahrschein. Wunderbar. Dann kriegst du 20 zurück. Zack. Das finde ich cool, dass man das hier auch mitmachen kann. Mit dem Fahrschein. Kaufen. So, zur nächsten fahren wir noch. Und dann machen wir Schluss für die Folge. Und wir machen jetzt Schluss, würde ich mal sagen. Ja, weil jetzt sind wir hier auf der roten Ampel und das ist nämlich gut. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Deppaz und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.